Hallo Leute! Willkommen zu einem neuen Video. Heute zocken wir Rocket League an. Ich bin tatsächlich dem Tag, wo auch Neujahr gefeiert wird. Ein paar Tage lang kam jetzt nichts mehr, aber jetzt bin ich wieder am Start für euch. Ich denke mal, ihr wolltet nicht, dass ich noch ein Video mache. Deswegen, tschau Leute, ich bin raus. Nicht Spaß? Ich bleib für immer hier. Vielleicht merkt ihr auch schon, dass ich ein neues Mikrofon hab. Ähm, ja. Wir spielen mal. Zwanglos drücken jede Folge. Ich sag's nur nochmal. Jede Folge von Rocket League habe ich irgendwo in irgendeinem Ort irgendwie einen Sprachfehler. Oh, scheiße. Ich hab zwanglos gemacht. Das wollte ich nicht. Leute. Na gut, so kann man sich auch die guten, äh, Sachen hier... Wir haben schon viermal gewonnen. Heute tun wir gegen die Robbers kämpfen und nächstes Spiel starten. So. Ich kann einfach reinfließen, das ist so geil. Ich kann mich auch muten, schau... Das.. Ich bin eine Art und arend, ich habe schon mal eine Art und am complack. Ich bin ein bisschen verarscht. Ich bin ein bisschen mit einemléistischer Stoßig. Yoh! Nuuu! 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 Ich hasse dich! Mann, tsch... wie fällt gerade was auch vor allem ich hab was falsch in den Kommentaren was denkt ihr was habe ich falsch gemacht der Gewinner der Kette der Krieg Kekse der das richtig erledigt auch nahmen warum rammt mich ja endlich hier wieder ich werde schon wieder weggerammt fast es ja nicht aber das war bei der Nähe des Volkant doch das war Nein war es nicht sieht man doch an den Namen bin ich dumm oder was was ist falsch mit mir oh nein ich mach Eigen ich mach nicht Eigentor cool das ist doch schön Aua Armstrong Armstrong ja mhm Armstrong das finde ich auch gut ist ja nö leider ist es nicht geklebt doch mann was ist falsch mit der wolfmann macht keine scheiße ich hasse verstehst du das die heißt ich will dann haben sie von 2 holly wird du bist so ein kleiner hässlicher ich könnte jetzt so ein böses wort sagen aber will ich mich reden youtube alter was ist das ich hasse euch so das war diesmal zum glück kein eigentor aber hauptsache werde ich wieder weg das muss ja das ist ein ich hasse ich hasse wolfmann ich hasse wolfmann ich hasse alle von meinem team ich hasse es ich hasse diese nee nee diesmal war es meine dummheit meine dummheit ist genauso vergleichbar wie die dummheit von warte warte meinen ich bin ich bin dumm ich bin dumm die scheiße was war das aller was war das für mich falsch kann ich das nochmal machen nö kann ich nicht geiles gesagt geht immer noch nicht irgendwie jedes zweite mal funktioniert das hee hee kann auch nicht angehen dass ich mich selber schlage ich schlage mich einfach selber eine minute fünfziger das schaffe ich einfach nicht mehr aber egal ich habe das video trotzdem hoch obwohl ich nicht nur vollidiotten alter willst du mich verarschen will ah geht doch zweites tor vielleicht wird das ja doch noch was natürlich doch nicht warum seid ihr auf einmal so gut haben die mich gehört dass ich gesagt habe die sind scheiße ja er hat auf den ball zu verfolgen okay ich nehme zurück die sind immer noch rum alter hör auf mich weg zu klicken alter ich geb dich jetzt weg oh wenn ich nochmal weggeklickt werde werde ich nochmal weggeklickt ich glaube so nenne ich auch ich glaube so nenne ich auch wenn ich mit spaß wird kein eigentum ich habe aus ausrasten lustig australischen heute wenn ich nicht 3 9 15 Sekunden hat geht das müssen Eger Warte Zu Oh Ja Okay, nach einem kurzen Dings Cut, weil Ich habe vergessen, mein Mikrofon auszumachen Und Da wollte jemand Mit mir reden Deswegen So, nächstes Mal werden wir gegen die mit einem runden Stern und lila Dings, gegen die werden wir nächstes Mal kämpfen. Wir haben einmal leider verloren, das finde ich scheiße, äh, Bombas, Rovers, Dragons, Rebels, Seekers und X-Men, was bringt eigentlich das hier, wenn ich weiß, die anderen, na, sonst die Folgen dauern immer neun Minuten, aber ich denke mal, die, diese müssen, dieses Mal, äh, ist, ist es mehr als 10 Minuten, deswegen würde ich, aber nicht nur deswegen würde ich sagen, ähm, ja. So, äh, Team Blau, Team Blau. Ja, auch da, da natürlich. Schwarz. Ja, das ist, was ich, was gefehlt ist, rot und schwarz ist erstens albananana. Und, äh, und ratet nochmal in den Kommentaren, was mein, äh, Lieblings-Superheld ist, dann... Nicht Spaß. Alter. Aber, stimmt einfach, oh mein Gott, stimmt. Rot und schwarz ist... Ja, stimmt, Alter. Ist halt wirklich ein super Held... Okay, ihr ratet welche Superheld them, der ist... Ja... Also, dann würde ich sagen, ciao... Leute! Tschüss!